hallo und jetzt willkommen zurück ja zu my summer car ja ja es geht wieder los es geht weiter so ich habe jetzt mal den hier weiter vorgezogen den track habe ich schon getankt jetzt kommt er hier ran ich denke mal dass der benzin braucht deswegen immer hier das 98 jahr mit unserer wlan zapfsäule ja also das passt auf jeden fall rein ich weiß nicht ob man es falsch einführen kann das weiß ich absolut nicht hatte ich schon dass dem seine karre leer ist dass er ist ein dicker hund eigentlich naja ich habe hier noch ein schluck zu trinken die zwei chaoten wieder hier woher musik machen also beziehungsweise nur der gelbe glaube ich jetzt haben wir hier auch noch mal 27,8 liter getankt so was haben wir auf der uhr stehen ja da haben wir 48 liter drauf das kostet einiges aber es geht mache hier mal die klappe zu ich habe hier schon einen neuen kasten rein gestellt und den anderen kasten der ist leer ja ich bin's ich bin nur ich fand möchte ich auch haben so es ist nicht viel aber immerhin ja ja deine advice jetzt mache ich noch ähm ja 450 mal also ja ich küsse in jede postbox sein ja warte mal das heißt aber doch eigentlich auch ähm muss doch dann eigentlich auch hier rein der briefkasten winkt das sieht so lustig aus so oh man das nervt ihr leute euer gewummer hier gut aber wartet mal leute ich hätte noch eine kleine idee ich kaufe mal noch äh warte mal warte mal warte mal eine schachtel zigaretten weil irgendwie ist meine andere auch abhanden gekommen so zwei bierkästen nochmal so das könntest du ja auspacken wegen der schachtel hier waren wir drum so die nehme ich gleich mal in die tasche und die kästen auch ja ich habe so großen rucksack das ist ein koffer so jetzt habe ich eine idee also wir werden es in rosenko oder wie auch immer der heißt hier abkoppeln äh darf ich mal hallo wow dann nehmen wir der seite so wir würden den abkoppeln da fällt mir noch aus ein ich habe ja gar kein essen Mist ja und der briefkasten winkt immer noch so schön ja aber der braucht auch eins also das muss ja drin sein ja so komm was spyware äh also taiwo ich nehme mal ein paar macaroni und ein paar pizzas jetzt sind wir bei uns ja dann nimm doch das brecheisen oder kauft denn die dich oder was weiß ich nicht hier schraub es auf wenn du dein Maschinenstuhl verloren hast ja so äh die advertisement brauche ich jetzt auch noch hier ja im prinzip kann man erstmal hier so rumlaufen ja es hängt noch von daher hat der tüff eigentlich einen briefkasten das weiß ich nämlich gar nicht der tüff mensch hat keinen briefkasten okay also kriegt der schon mal nix aber er hat geöffnet heute ja so hat der da drüben einen briefkasten ich glaub die die abwasserfirma hat auch keinen da ist kein briefkasten nein ja manchmal fahren die doch auch wieder gleich weg aber die tüte habt die drum fahren hier die zwei das ist das ist mir so ein bisschen nervig jetzt grad auch wenn die musik ja nicht schlecht ist aber die ganze zeit ihre öfter 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 ja das ist irgendwann nervig oder also mich nervt kein briefkasten die kirche hat ja auch keinen ja ich möchte jetzt halt ewig lang rumrennen das ist auch nicht so das beste aber da sind ja schon mal fünf briefkästen fünf zettel bräuchte mal so eins für sehen äh naja dann eins für ojanto eins für so das wir haben die schon mal gelesen teilweise eins für tamantaus eins für suomi ja suomi ne du kriegst da was weiter geht's da waren noch welche bei den appartements hinten der hat auch keinen briefkasten meine sind häuser aber ja die haben halt nicht alle hier ein briefkasten also sie haben so einen sammelbriefkasten oder der hat ja auch keinen ja und der rest machen wir natürlich mit dem auto wir laufen hier nicht rum wir könnten das natürlich auch mit dem moped erledigen vielleicht vielleicht das haben wir nicht unglaublich umgerstrecke es jetzt wieder so hoch so da kommen jetzt hier die nächsten briefkästen okay und da kann ich euch gleich noch was zeigen das hier ist jetzt unser 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 sozusagen neues domizil ich habe mir jetzt doch mal herz genommen und da haben wir auch eine mülltonne und sogar die hebebühne ist da aber die sind aber komisch es geht überhaupt ja die war nur boden versunken okay passt jetzt ist richtig ja falls er da jetzt dem hintergrund bei mir irgendwas trommeln oder so hört musik ja bei uns ist heute nachtumzug fasching tata tata äh ja mich interessiert es nicht großartig äh ich war noch nie so ein mensch für fasching okay der ersteller des mods hat sich da gedacht er macht hier mal eine statue hin wenn er meint so das hier ist jetzt anscheinend unsere park garage wenn wir so wollen nobel nobel für zwei autos sehr schön erlichter das ding ja auch ja schöne sache bloß wir haben kein briefkasten das wäre noch nice weil da müssen äh oh telefon ja ich weiß doch gar nicht wo das telefon ist verdammt ich komm ich komm moment welche tür ist es denn die hier ja hallo 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 ja 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 hallo 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 ja ja ich komm dann irgendwann mal hier mal eine karte ok sewage tank holz ja der eine hier jetzt haben wir schon hier zwei jobs wir haben ja auch ein fernseher äh das scheint uns schon ja es sieht ein bisschen moderner aus wie der fernseher wir bisher hatten aber wir haben ja keine fernbedienung oder geht der überhaupt ja der fernseher geht dann haben wir hier ein wasserhahn da können wir trinken dann haben wir ja auch ein herd nur der herd der geht leider nicht da haben sie auch einige mod beschwert das ist das einzige manko da müsste man mit einem grill schaffen so dann haben wir hier einen schönen kühlschrank mit eisfach ja das ist eigentlich noch blöd dass hier der herd nicht geht aber der wasserhahn geht da kann man was trinken ja dann müsste eigentlich auch möglich sein dass er ja hier den den herd gangbar macht so da ist die terrasse ich habe eine version gesehen da war das noch nicht so dass man hier eine terrasse hat und dann hier auch ein gartentor naja das hätte man fast weg lassen können weil ja man kann doch hier locker flog ich über die dingen springen naja gut ich glaube da war ein kleines problem dass zum beispiel kinder die da ball spielen dass die dann gestört haben hast du irgendwie mal das auto kaputt gemacht haben und so weiter das hat zu machen da kannst du ja wenn du einen ball dagegen schießt ist der gleiche alle drin so da ist ja da ist auch eine uhr okay dann haben wir hier die toilette mit dusche ja mein fall wäre das jetzt hier nicht übrigens das ist ja nicht mal gefließt das teppich oder naja gut aber man kann hier speichern so und hier ist das schlafraum mit stockbett das ist schön ist es jetzt nicht ich hätte jetzt kein stockbett rein außerdem fehlt hier nachtschränke und alles hier irgendwie kann man natürlich lieben gut das ist unser appartement so das andere ist ja nicht aber ist schon gigantisch was manche leute sich so ausdenken und auch machen können was da so mod technisch möglich ist aber schön ist dass da tatsächlich auch der praktisch der schraubort hier da ist für uns dazu mal nur hier hätte ich halt wie ich die gefahr dass hier dann die kinders reinkommen und einem das auto verdallern hm gut das waren wir mal mit unserem job weiter ja da habe ich jetzt namensschild hier für posten ja das müsste auch noch sein ich muss immer für rechnung bezahlung dann trotzdem wieder heim fahren ähm so ich nehme mir jetzt gleich mehr sechs zettel weg so jetzt wird tabi dann für cat wodka oder sowas waka ted waka für namenlos namenlos heißt er mal da wohnt keiner für yisaka dann für wieder unbekannt und nochmal für unbekannt müssen wir noch einer rausholen na gut na gut eigentlich müsste der eine dann unser sein unser briefkasten ja eigentlich wollte ich das euch ein bisschen später noch zeigen hier das aparten dabei ja jetzt habt ihr schon gesehen ich habe mir jetzt immer doch mal geholt so wie wir das mal ja empfohlen worden ist ich habe den damals schon mal angeguckt und habe noch überlegt so naja ich würde das jetzt nicht unbedingt benutzen jetzt gleich offensichtlich bis später wird man das wahrscheinlich dann doch ab und zu mal nutzen den platz je nachdem es hat einen vorteil man ist ja praktisch vor ort man hat seit weitem shop der grüne blitz kommt hier so warte mal wo laufe ich denn eigentlich rum ich laufe jetzt nochmal hier oben rum gleich nochmal an dem einen haus vorbei um zu sehen ob denn der einen briefkasten hat da können wir wieder auf die kirche rein ja ja jetzt weiß ich auch warum der eine typik man heißt weil er sich in ein schwein verwandelt ja der will hier kube gelehrt haben ich hätte mal schau mal ich habe hier schöne zettelchen ich schmeiße einen briefkasten rein das ganze set hier ja man müsste eigentlich nur das das ding den ganzen stack hier hin wedeln und dann müsste einer davon den briefkasten davon wie beim q das muss man ja auch nur so durch den eimer ziehen so bipp und dann hat man ja praktisch abgefüllt so bei dieser kommenden schule ist da auch ein briefkasten nope doch ich kann er das war ja aber da müsste da müsste 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 doch bei dem einen typi nee oder der hat egal wir fahren da mal vorbei gleich der eine typ da der da auch immer die kurbe gelehrt haben möchte der müsste da einen briefkasten haben so 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 ja also der tipp der tipp da der gelbe der bleibt die ganze zeit da mit seiner musik hier und er hat schon wieder hier am tod gefahren äh ok naja aber der schnarcht bloß ok jetzt fahr doch eigentlich mal jung ey ja du riechst auch schlecht von daher ist mir jetzt auch egal äh das ist ja auch lustig man kann hier oben auf dem dachgepäckträger was legen tsch kann man nicht ne kann man nicht ok wir werden jetzt nicht das auto hier nehmen um den job zu erledigen ja gut und der laster bleibt halt erstmal hier stehen was solls also da ist das blöde nest das haben wir erfolgreich ausgemerzt was denn der leider nicht hat der hat halt kein radio hier dieser dieser ähm Dings hier so warte mal ups hab ich hier nach hinten durchgeglitscht äh ich glaub der Anzeiger geht nicht ok so ein anschnallgurt hat der leider auch nicht geht hier die kurbel ja die geht ups ok abgewürgt vier gänge hat er äh oh Moment ich hab hier ein kleines Problem äh muss man mein Backpack zu machen mit x damit da nix raus pfff schmissen wird hier so das ist ja beim gang ist es ein bisschen problematisch bei dem auto so aber das ist doch schon irgendwie kultig das Ding hier finde ich boah ist das hell boah ist das hell machen wir das Licht aus braucht das keiner mehr so jetzt mal ganz geschwind gucken ob der hier einen Briefkasten hat äh äh nein hat er nicht ups ja das passiert bei dem Auto immer schnell ups ja also Gas geben Gang reinhauen das ist hat eine blöde Kupplung hier ok 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 Moment, äh, rückwärts gibt es hier auch. Ja, das war logisch. Okay, also die Karre, die wird nicht mein Freund, wenn die auch schon so anfängt wie dieser kommen wir im Frontdale. Oh je, ah, das wird ja grauenhaft. Ja, der hat wohl keine Reifen dafür, das Gelände da, ja. So, da ist noch ein Briefkasten. Die Handbremse. So, jetzt habe ich einen Zettel vergessen mitzunehmen, ich trottel. So, einmal für dich, wie heißt denn du? Pilien. Ah ja, okay. So, dann ist das da drüben da, ja, der Bauernhof. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder den Gang rausnehmen, damit mir der Motor nicht abstirbt. So, wo hat denn der seinen Briefkasten? Ah, der hat woanders einen Briefkasten. Also das ist ja nochmal ein anderes Gewächshaus, hier ist eine. So, da ist nochmal ein Haus. Oh, da muss ich da beim Erdbeerfeld vorbeifahren, das kann natürlich sein. Mann, jetzt habe ich schon wieder Stress wie Sau. So, ich muss mal eine Quarzen, das hilft alles nichts. So, was ist denn das hier für ein Anzeiger? Ist das die Batterieanzeiger oder so? Ja, eigentlich hätte ich fest mal auch geflogen, wenn man hier geraucht hätte, ne? Ne, wahrscheinlich so, so arg ist es halt nicht. Aber, wir haben die erfolgreich gekillt hier. Das, äh, im Westen, das ist ja nicht mehr gefährlich hier. So, blip. Ah, jetzt geht auch der Anzeiger hier, der, okay. Vorher ging er nämlich nicht. Ich muss doch mal in das Haus ran fahren, ob der hier einen Briefkasten hat. Ne. Da muss ich doch zum Erdbeerfeld. Ja, einmal drehen. Ja, das war klar. So, die Handbremse ist lustig. So, bloß die Kupplung ist halt blöd hier bei dem Auto. So langsam nervt's. Ja, und einmal drehen, bitte. Ui, ja, ich mach so was gern. Wie nennt man denn das? Da gibt's doch auch solche, solche Blödels, die das extra machen hier, sich so drehen. Aber das ist jetzt wirklich, das ist das Nerv. Dass das Ding ständig ausgeht. Ja, aber da nicht volle Pulle macht hier bei dem Auto. So. Dann fahren wir mal geschehen zum Erdbeeren-Ding rüber. Ja. 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 Das ist ja schlimm wie so ein Stier hier. Da ist ein Briefkasten. Einen Zettel bitte. Wie heißt der? Ach, Pilin. Moment mal. Bei dem war ich doch schon. Jetzt hab ich mich selber verarscht. Jetzt hab ich mich selber verarscht. Jetzt bin ich doch einmal im... Ich bin einmal im Kreis gefahren. Schön. Wirklich schön. Alles klar. Dann eben nicht. Zack. So, Bremse weg. Lass ich den mal runterrollen. Ja genau, ich bin jetzt hier wieder... Knall. Moment. Mit voll Gas und weiter geht's. Määäh. Oh ne, ich glaub ich häng das Ding hinten an den Truck ran und fahr mit dem Truck die Strecke. Das dürfte doch eindeutig besser sein wie jetzt hier ständig hier die Kiste abzuwürgen. Bleib an. Ich probier's nochmal ein bisschen. Ja, weil das hier ist halt auch das Blöde. Ja, das sieht ja schon wieder aus. Ne Leute. Das hat so keinen Wert halt. Das hat so keinen Wert. Da krieg ich's gleich doch irgendwie hin. Ja, ne. Okay. Ne. Lass mal lieber. Leute. Es wär so toll gewesen mit dem Auto hier, aber ja. Lass du ihm ja als Trophäe dann bereitstellen. Ich glaub die Karre fährt halt wirklich auf geteerten Straßen am besten. Oder ich bin halt auch wieder zu schnell. Das kann natürlich auch sein. husen. Also der ist noch nie so schlimm wie Ferntail, aber… Fass so schlimm. Fast so schlimm. Also für denjenigen der nicht weiß, wer Ferntail ist…. Das ist das Auto, das man von Flickarie bekommt, wenn man Seins bei ihm in Reparatur hat. Und der ist beinahe unbeherrschbar, dieser komische Ferndale. Also eindeutig, der hat Straßenreifen drauf. Weil hier kannst du fahren, wie du willst, da klappt es mit dem Nachbarn. Und der schläft hier immer noch, okay. So, also gut, wir hängen den da hinten dran wieder. So, was mache ich hier eigentlich gerade für Spiroosen? Spiroosen hier. Äh, ich mein, ja, für Drehungen hier. Punk! Jawoll! Angedockt! Wir haben unser Ziel erreicht. Ne, haben wir nicht. Ich will den jetzt einfach so von vorne ran fahren und dann anhängen wieder. So, den kann man so schön abwürgen, also von daher. So, ach ne, da kommen die Irren ja schon wieder. So, dann habe ich das Shad. Dann tue ich das mal in meinen Rucksack rein. Das Atticement, das tue ich auch mal in den Rucksack rein. Ich mein, das wäre so schön, weil man hier hinten pennen kann, in dem Auto schon von Haus aus. Warum stehen jetzt... Haben die Idioten meinen LKW hier verschoben? Die Deppen. Die, die, die... Ja, so schaut es nämlich aus. Die haben mein Auto verschoben. Nein! Na ja, gut, Leute. Da ich jetzt habe ich so gerade eh nichts mehr sehe, dann mache ich mal hier Feierabend. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hört es noch und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ja. Ciao. Ciao.